Hi Leute, ich bin hier gerade ein bisschen im Weinberg und ich wollte euch nur mal ganz kurz daran erinnern, weil nächste Woche ist es nämlich schon soweit. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, nächste Woche kommt nämlich schon der neue Detox-Kurs raus. Und zwar geht es da um die 8 besten Detox-Methoden und die habe ich einfach mal zusammengefasst. Das ist ein 10-Tage-Kurs, bekommt ihr ganz kurz die Methoden vorgestellt, wie ihr sie am besten, in welcher Situation anwendet. Also wenn euch das Ganze genauer interessiert, wenn ihr Hautprobleme habt oder einfach den Körper reinigen, entgiften möchtet und jetzt zum Start im Frühling ein bisschen entlasten möchtet, dann schaut mal auf die Kursseite. Löcher im Boden. Dann schaut mal auf die Kursseite und dort stehen die ganzen weiteren Infos. Ansonsten macht es gut Leute. Bis dann. Ciao.